Hallo, hier ist Bürger Lars Dietrich, ich befinde mich hier auf der Straße des 17. Juni, Juli, meine ich natürlich, Juli, hier in Berlin. Und hier findet heute ein ganz besonderes Event statt, nämlich der World Club 2014. Das ist ein Klappradrennen und das Wichtigste bei diesem Klappradrennen ist nicht etwa Kondition, nein, vor allem ist es der Oberlippenbart, auf den es hier ankommt. So, es geht los, die ersten Teilnehmer kommen jetzt an die Rampe. Ganz vorneweg König Bansar, Schurmherr dieses Events, hier ist schon der rote Teppich für ihn extra ausgerollt und ich bin echt aufgeregt, weil es ist ein echter, echter, echter König. Da ist er, König Bansar, im goldenen Geschmeide. Deutschland, wir haben einen neuen Superstar und der steht hinter mir. Das ist also die aktuelle Hymne des Klappradsports und der Sänger, der Interpret ist mir bis jetzt unbekannt, aber ich glaube, er ist so, dass wir ein Lokalmatador in Ludwigshafen. Und jetzt alle! Es ist unfassbar! Und atmen Chemieluft ein Selbst das Gemüse fühlt sich wohl, wir haben auch den nächsten Kohl Selbst das Gemüse fühlt sich wohl, wir haben auch den nächsten Kohl So, damit ist das World Club Turnier offiziell, offiziell eröffnet, sozusagen. Dankeschön! König Bansar zerschneidet das Band und damit ist die Startrampe jetzt eröffnet. Hat das einen Vorteil, irgendwie beim Radfahren? Ja, Aerodynamics, ne? Aerodynamics, ja, glaube ich auch. Ja, muss ich mir auch mal zulegen. Kannst du mir mal ein Rad geben, beziehungsweise ein Rad erklären? Ja, das ist ein ganz handelsübliches Klapprad, ungefähr 30, 35 Jahre alt, mit leichten Modifizierungen. Was ist das? Was ist das da? Das dient der Stabilität, die Sattelstütze ist so lang und dünn, die würde sich bei meinem Gewicht beim Antreten, bei den Oberschenkeln natürlich nach hinten verbiegen und dass das nicht passiert, dass das Rad insgesamt stabiler ist. Jetzt geht's gleich los! Jetzt geht's gleich los, jawoll! Und guten Mutes? Ja, etwas aufgeregt, aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. Aber du bist auch besonders gut ausgestattet, das ist ja fast schon auch kein Oberlippenbart mehr nur. Hat das irgendeinen Vorteil jetzt, also jetzt beim Rennen? Ja klar, mit den langen Barthaaren wird der Wind sauber und schnell abgeleitet und dadurch kommt es nochmal zu einem positiven aerodynamischen Effekt. Und wie ich gerade erfahren habe, wird mir eine ganz große Ehre zuteil, obwohl ich heute zum allerersten Mal hier bin, darf ich das erste Team losschicken und zwar mit meiner Klappe. mit meiner, ich darf die Klappe schlagen sozusagen jetzt hier, die Startklappe für das Klapp-Rennen-Rad-Rennen-Fahrung. mit einer ... Untertitelung des ZDF, 2020